Morgi? Warum nimmst du die Büsche hin? Ah, nicht gesehen. Nicht gesehen? Das heißt ja nichts. Ich schneide die mit der Schere ab. Ach so, das hört sich anders. Willst du die wegfetzen? Pass auf. Entschuldigung. Sag es, pass auf und schließe nicht da rein. Du hast einen Vogel. Aber da hinten ist was Besonderes. Glaube ich. Nee. Ist das da hinten nichts? Nee. Okay. Ich gehe jetzt hier weg. Ich gehe in sowas nicht mehr, wenn du in meiner Nähe bist. Bitte? Ich gehe hier links von mir her, wenn du in meiner Nähe bist. Kannst auch von hier aus gucken. Ach stimmt. Was ist denn das? Ach, das ist ein ganz normales Salzohr. Was sind wir denn jetzt? Bestimmt schon gut weit gelaufen. Sehr gut weit gelaufen. Ja. Worgi? Hallo. Hier. Komm, gib mir hier lang. Ja. Echter Pfifferling. Worgi? Ja? Ja, ich... Hier ist nun mal lauter Sachen, die man brauchen kann. Was hast denn du gemacht? Was gibst du dem? Ich habe geguckt, ob der vielleicht... Aua-Schiene oder so mag. Magst du Kirsche? Ja, aber das gibt es doch nicht, dass man hier nichts findet. Ich finde das mit der Schere so geil. Da ist wieder ein Schwein. Schau mal, hier habe ich mir voll das Paradies gefunden. Dann markiere ich das hier auf der Karte. Ja. Apfel hast du immer noch keinen, oder? Hm? Apfel hast du immer noch keinen? Nee. Die hätten wir vielleicht mitnehmen sollen. Wir hatten ja keine mehr. Ach, hatten wir keine gar nicht mehr. Mhm. Genau. Tiere. Du hast das jetzt alles wahrscheinlich nicht auf deiner Karte vermerkt, oder? Ich? Die letzten... Die ganzen Sachen jetzt. Nein. Nein, okay. Du bist hier. Buchst du. Pflanze. Poppies. 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 Was? Was machst denn du da? Jetzt kannst du sie kaputt machen. Die können wir ja eh nicht mitnehmen. Nimm lieber die Pilze mit, dass ich Poppies töte. Das ist seine Familie. Die Tinkenbeute. Was kann man denn damit machen? Das ist seine Familie gewesen. Du hast es einfach kaputt. Poppies. Ping. Wien? Nicht. Das ist nicht lustig. Oh. Hm? Oh. Was denn? Okay. Es wird übrigens wieder hell. Es ist schon wieder hell. Also bei mir ist hell. Ring. Nein. Geh mir hier lang. Oh. Hm. Mushroomgarden. Mushroom, Mushroom, Mushroom. Du bist hinter mir? Hm. Oh. Oh. Ich glaube, ein Essen mangelt es uns jetzt dann nicht mehr, wenn wir nach Hause kommen. Sag dir es nicht. Okay. Ich glaube, es ist zu sagen, sich da zu entdecken. Ich glaube, es ist nicht mehr, wenn wir nach Hause kommen. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist dankbar, dass hier zu bringen. es sei denn ganz wichtig, dass ich jetzt noch keinen Falle sein. Es ist das. Ich glaube, es ist aber schwer, dass ich zupassen, dass du das schlagst. Hast du Platz für eine Avocado? Nein. Oh, ich verhungere. Wie du verhungerst? Ja, ich hab heute Hunger. Wen kannst du mich hier aufholen? Danke. Bitte. Also wenn wir jetzt hier gerade auslaufen, dann kommen wir wieder zu unserem Haus zurück. Klingt gut. Okay. Schade, dass wir noch keine Tiere haben. Ja. Hier war irgendwie Weizen. Irgendwie so ein rare Material. Was ist das? Drohnen, oder? Ich weiß nicht, kann ich aufheben. Warte, kann der sagen? Hier. Weiß ich nicht, was es ist. Du bist hinter mir. Was ist das? Zieh das die Augen. Kotton. Kotton. Was ist das? Kotton. Was ist das? Was ist das in die Augen, wo du gesagt hast? Was ist das? Notenmeng. Nichts. Warum? Weil ich das mitnehmen kann, wenn ich es abschneide. Ja, warum hab ich eigentlich so eine Schere nicht? Komm mal her. Warte, ich jetzt... Jetzt leg die Schere am Boden. Heb sie auf, oder? Heb sie auf, oder? Weil da kannst du Eisenerz aufheben oder lass liegen. Hast du das mit aufgenommen? Ja. Ach so, so geht es. Wie benutze ich die Schere? Mit Rechtsklick. Da hat man ja echt eine Schere. Oder dann mit Hauen, je nachdem. Mann, da hat man eine Schere. Da vorne rechts müsste unser Haus sein. Peng. Worgi? Ich hab Schere aufprobiert. Ja? Und? Hat sie funktioniert? Ja. Hier ist irgendwo was. Da sowas hätte ich auch gehen. So ein Hühnchen? Ja. Aber wir finden ja nichts. Kein Weizen, gar nichts. Wohin? Wo bist du? Ah, nach rechts. Mehr nach rechts. Ich sehe schon. Sind wieder zu Hause. Echt? Ja. Hallo. Hallo. Muss ich erstmal das ganze Essen hineintun? Oh ja. Das ist voll gekocht, das Essen da drin eigentlich. Egal, tu's rein. Das kann man ja dann... Das kann man ja dann... Warte. Reichen setzen. Okay. Da hat irgendwas am Boden runtergefallen. So, ich hab drei Avocado-Bäume kann ich pflanzen. Das ist gut. Hm? Das ist gut. So, die haben wir hier. Eins, zwei, zwei. Eins, zwei, drei. Drei. So. Hast du die jetzt da mit hingepflanzt? Verwachsen die sich da nicht so komisch? Ich hoffe nicht. Weiß ich nicht. Hab ich so noch nie gespielt. Wie heißt das? Pflasterstein. Und diese... Man mag diesen blöden Pflasterstein da fertig haben. Ich hab doch Weizengras eigentlich gefunden. Hast du? Hast du? Pusch. Nee, hab ich nicht mehr. Wahrscheinlich kaputt tut er so gesagt. Schätze ich mal. Da, da, da. Was? Ach, Barren. Ich hab gelesen. Bananen. Bananen. Wo darf ich jetzt das Essen einlegen? Wenn es... Wenn es es fertig ist, darfst du es da reintun. Ist nicht es fertig. Und wo, wenn es nicht ist? Dann tu es auch da rein, aber unten in die rechte Ecke. Was auch immer das alles sein soll. Pilzpulver. Stiefmütterchen. Zucchini kann man doch gleich essen, oder nicht? Ach so, ja. Kann man. Da hast du gegessen, ja? Hat es geschmeckt. Sehr gut. Das ist wichtig. Taktusgrün. Das ist nichts zu essen. Nein. Du und deine Ordnung. Du hast ja immer Ordnung. Zuckerrohr. Ja, Wahnsinn. Siehst du mal. Warum kommt denn jetzt hier eigentlich so komische Musik bei mir? Ich höre gar keine Musik. Es würde bei mir da die Welt untergehen. Hört sich das an. Klingt nicht witzig. Ich habe was zu essen gefunden, wovon ich... Oh, das esse ich nicht mehr. Oh mein Gott. Was ist denn bei dir kaputt? Das ist keine gute Idee, das zu essen. Was hast denn du gegessen? Was hast denn du gegessen? Ich habe aus Fliegenpilz, habe ich Pilzpulver gemacht und... Rockt voll. Ach du heiliger Bimba. Ich sehe hundert Farben. Hm? Hey. Schau mal. Kannst du essen? Du blubberst voll. Hast du aufgem... Ach du heiliger Bimba. Aber es macht dich satt. Joooooo. Zur Zahl. Hey cool, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, da haben wir noch jede Menge. Da bist du ein bisschen dummig. Mann, ich will das noch fertig kriegen hier. Aber da ist wieder so viel hier. Das ist ja mal Wahnsinn. Nein. Gold Ader findet man irgendwo ganz unten, oder? Ja. Also es geht eigentlich noch. Mann, ich brauche. Haben wir noch eine Schaufel da drin? Ich weiß gerade nicht. Kann gerade nicht. Wir haben bestimmt noch eine Schaufel drin. Ja. Sehr gut. Na warum bloß wieder eine Steinschaufel? Wie geht das so schnell kaputt? Das ist ja auch noch schön am Rücken hier. So, bitteschön, jetzt hast du eine Eisenschraube. Danke. Dafür haben wir jetzt kein Eisen mehr. So, bitteschön. 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 So, bitteschön.